so weiter geht es jetzt mit lightnings return returns final fantasy 13 mit euer jika toby ich hoffe es läuft alles soweit so mal kurz bei meiner elgato gucken ok die elgato das auch 1080 und muss ich mal kurz gucken wie die stream konfigurations quality ist ok da steht exzellent hier ist mal kurz ablauf macht das ist immer diese lautstärke die immer hoch macht bis er sie jetzt bei einigen projekte wie auch hier jetzt in diesem projekt das so machen werde dass ich das auch noch live stream werde für euch und ja ihr könnt ihm halt noch zugucken und dann wird das ihm halt als highlight hochgeladen auch noch auf youtube damit ihr bescheid wisst meine freunde der sonne her so passt doch so und dann werde ich das so gesehen immer Prozent als Parts machen ja und jede halbe stunde werde ich das denn so gesehen einen Cut machen oder so so ich habe jetzt ein Bild veröffentlicht gehabt wo müssen wir jetzt hin ja wir waren ja in der Katastrale in den letzten Part ich muss mal kurz bei den Hauptmissionen gucken nee nicht Karte Hauptmissionen Hauptmissionen da ja das hatten wir schon ja das hatten wir schon okay okay ja die ist auch abgeschlossen grüne Karfunkel Puppe ach die Uhren ja die Uhren ist hier irgendwo auch in der Uhr ich weiß das gar nicht ist in der Uhr hier ne hier haben die bestimmt keine Uhr ich muss noch mein Headset aufsetzen so ich gehe jetzt mal kurz hin ich will mal schauen da sehe ich noch was ergie aber voller langer Weg bis zum äh Altar Töne Gott ich ich Fung war 13 Jahre ich ich habe mich hatte seit 100,000 Jahre ich Und da hat mich sehr viel命 geblieben, so ... dass ich mich für das Wunschung des Wunschung bin. Ich glaube, dass es das Wunschung des Wunschung des Wunschung beginnt. Und das war natürlich immer so. Lightning ... dass du dich in die Wunschung des Wunschung der Freunden ist, dass er diese Welt für die Vergangenheit ... und dass der Wunschung des Wunschung des Wunschung ... dass der Wunschung des Wunschung ist. Das ist so... ja wo sei die fähigen nur sei ich immer eigentlich wenn wir die wiesen und wir die banal hier beide auch im kristallschlaf komischerweise ist die auch wieder da ja gut das war ja auch erst bei sarah und die stimmlich genießt Dein, äh, Südfülder. Stimmt ja. Oh, da ist jemand. Ein unsichtbarer. Äh, okay. LOL. Äh, äh. Das war's für mich. Ich glaube, das ist ein Geist. Ich weiß, was ich nicht mehr so gut. Ich weiß, dass ich dich und ich mich nicht mehr so verletze. Aber ich weiß, dass ich dich nicht mehr so verletze. Ja, ich wollte mich noch etwas erzählen. Ich bin bereit, dass ich dich zu erzählen. Ich bin sehr froh. Danke. Okay. Der Bau dieses heiligen Turms wurde durch Spenden fromer Bürger finanziert, bis die Welt vollständig in Chaos versinkt. Soll er den Menschen ein Gefühl von Zeit und Sicherheit schenken. Da wird jetzt die Zeit gezeigt. Kommt mir ein bisschen so wie bei Mario Just Mask vor. Da war es hier auch früher. Okay. Eine weitere Uhr überprüft. Die Uhr darf hier eben halt auch nicht fehlen. Nicht nur die kleinen, sondern auch hier die große. Es gibt ja auch einige andere Uhren, die man auch noch finden könnte. Äh, ja. Nur die Inhaltspunkte sind ja eben halt nicht immer so einfach. Weiß ja nicht mal, ob da jetzt welche sind. Wo ich mich jetzt da auch schon aufmachen kann. Nicht da hingehen. Da regiert das Chaos. Oh, doch nicht. Doch nicht. Nichtä? Bis zum nächsten Mal. Und das ist alles gut. So, ich gebe dir mal Depot-Test. Depot-Test, Mann. Oh. Oh, ich habe eine M-Double. Ich musste mich halt schützen, der unnötig gewesen hätte, wenn ich auch noch so Leben verloren hätte, so. Wien. Ja gut, warum kann ich da sowieso Synthese machen? Loll. Oh, da liegt was. Bronzemedaille. Okay. Richtig hier. So. Könnt ihr das D-Genau verbessern? Mehr nicht? Ah. Ah. Hm. Hm. Feuer auf. Du bist bloß. D-Genau. Er, das wird nicht mehr so schulden. D-Genau. D-Genau. Dez. D-Genau. 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 Ah, bueno. Ok, Moment. Pyro Sturm. Ist ja auch nicht schlecht ey. Stark blocken ist auf jeden Fall nice. Ja, wunderbar. Objektiv. Fuss. Ein Wunschwung. Spannung. 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 Ers. Spannung. 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 Ah, Mensch. Oh! Oh! ここまで落ちぶれたのもそのせいさ! 信じられねぇかもしれねぇがな 俺は救世員でA氏の一体を率いてた あの頃は… 出世頭だったんだぜ 婚約者がなぜ逃げたのか? 心当たりはないのか? 分かんねぇよ 俺とフィリアナは心から愛し合ってた 何? いきなり姿を消して…それっきりだ 行方不明か… 事件の可能性もありそうだ ホーブを探したんだろうな 当然だろ! ユースナーンの宮殿からウィルダレスの最果てまで 何十年も彷徨ったが フィリアナの影も形もなかった うっ… いや…姿を見た奴さえいなかったんだよ フィリアナは… 道行く人も振り返るような別品でさ 俺たちは幸せの絶頂だった それが… まるで天国から地獄だよ この世に救いなんてね 解放者も神もいやししねえよ 救いもなければ希望もなしか そうじゃないって言えんのか? それとも…え? 何がい? あなたがフィリアナを見つけてくれるってのか? … … … … … … … …… … 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 Du bist so gut. Du bist so gut. Du bist nur sehr dankbar. Du hast es nicht gewusst. Du hast es nicht gewusst. Du hast es endlich, du hast du dich? Du hast du dich? Du hast mich, als ich und Filiarno und Yusnahn warst. Du hast es, du hast du zu essen. Du hast du zu essen. Du hast du zu essen. Yusnahn? Du hast du nicht gehabt? Natürlich, ich habe auch einen Schmack-Konferen. Ich wusste nicht, was ich gar nicht wusste. Ich werde es wiederholen. Ja, ich danke dir. Ich habe mich so schlafen. Ich werde dir das für dich. Das ist mit der Hand-Konferenz. Es ist nur für mich, wenn ich gerade mit dem ich. Es ist nur ein schweres... Black Ray's Ring So, jetzt sind wir im Südviertel Muss ich mal nach irgendeinem Typen Ausschau halten Ja Was sind Sie? Was sind Sie? Eine Frau, ich habe gesehen. Es ist危険. Geht her! Ich bin der Luish. Ich bin der Sie. Sie ist der Lüish? Ach so, die Hände! Sie haben die Frau, meine Frau zu telefonieren! Oh, ich habe endlich mitgebracht. Danke. Sie haben wirklich mit dabei geholfen. Danke, dass ich mich noch nicht dazu verletzen. Ich habe mich so verletztert. Ich habe mich nur so verletztert. Ich habe mich gar nicht so verletztert. Sie haben mich überrascht auf das Verletzter? Meine Frau, es ist nicht nur so verletzter. Ich habe mich wirklich mit dem Stimmengewirr. Du bist wirklich verletztert. Ich habe mich aus meinem Zeichen gewinnt. Ich habe mich heute in diesem Gehirn verletztert. Ich habe mich für mich und meine Frau. Ich bin mir so verletztert. Ich bin so schnell, wie ich mich nicht mehr sagen kann. Sie sind mir auch von mir. Wie soll ich es sagen? Ich meine, ich kann mich nicht sagen. Aber ich kann mich nur sagen. Ich kann mich nicht sagen. Ich bin ich nicht mehr so auf die Welt. Ich bin ich nicht mehr in diesem Welt. Ich kann mich nicht mehr nehmen, dass ich nicht mehr Jahre alt bin. Ich weiß nicht, dass alle Menschen, die Menschen, die Geist werden können. Ich weiß nicht, dass alle Menschen, die Geist werden können. Ich weiß nicht, dass es für andere Menschen ist. Ich dachte, dass ich einen Geist machen wollte. Was hast du? Ich weiß nicht, dass man einen Geist verletzen kann. Der Geist ist mein Leben. Ich weiß nicht, dass ich einen Geist machen kann. Ich bin gerade gefragt, die ich nach unten bin. Jetzt bin ich die Zeit, ebenso ich verletzen kann. Aber ich habe mich nicht mehr mit 3 Minuten. Ich habe mich nämlich einmal nicht mehr aufgerichtet. Also ist das so, was ich hier? Als ich in deinen Telefonnummer gebetet habe, dass ich dich nicht verletzen kann, dass ich mich nicht mehr aufgerichtet habe... Ich bin so viel zu sehen, wenn ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Was ist das? Was ich? Was ist denn mein Leben? Wenn ich mich nicht mehr so fühle, dann ist es so, dass ich mich nicht mehr so fühle. Du bist so ein Mensch, also ich kann mir helfen. Ich glaube, das war ich. Du bist bei mir von mir, dass du mich nicht mehr so verletzen kannst. Ich glaube, ich glaube, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Ja, ich glaube, dass du wirklich gut bist. Wenn du in diesem Weltraum noch so bist, dann hast du dich, dass du nicht so gut bist. Du hast mich geholfen, und du hast mich geholfen. Du hast mich geholfen, und du hast mich geholfen. Du hast dich zu tun. Du hast dich nicht so schwer. Ich habe keine Ahnung. Danke, Frau. zu sagen. Nehmen wir mal Todesboden. So, Bild machen mit der kleinen hier. Kann ich noch ranzoomen? Ah so. Okay, Bild machen. Ja. Kann man doch veröffentlichen. Ja, an der Stelle würde ich einmal sagen, danke fürs Zuschauen Leute. Und ja, der Livestream geht gleich noch weiter. Nur eben halt muss ich immer das abbrechen, damit das aufgezeichnet ist. Und dann kann ich das als Highlight speichern. Und dann auf YouTube hochladen. Und danach geht auf jeden Fall dieser Livestream weiter. Also, kleine Pause. Und danke für die Leute, die jetzt auf YouTube geschaut haben. Für diesen Anschauen dieses Parts. Und ja, ihr könnt auch gerne auch hier im Livestream live dabei sein, wenn ich jetzt play. Hier einige Projekte. Und dann könnt ihr ja so gesehen auch hautnah dabei sein. Und das ihr eben halt auch noch auf YouTube schauen, wenn ihr wollt. Ähm, ja. Falls du das eben halt auf YouTube geschaut hast, danke fürs Zuschauen. Und ja. Haut rein Leute. Euer Chikatory. Tschüss. 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 Tschüss.